Am Anfang suchte Tod den Krähenvater, doch was er fand war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen, ein Weg zu einer anderen Welt. Und damit willkommen zurück zu Darksiders 2. In der letzten Folge haben wir ja den Krähenvater besiegt und sind hier gelandet. Und ja, wie mache ich das denn nochmal mit dem Vogel? Okay, L3 mache ich das mit dem Kram. Wartet kurz, bevor wir weitermachen. Ich muss mal kurz meinen Headset richten, okay? Tut mir leid. Aber das muss jetzt kurz sein. Hey, ich hasse das. Okay, was ist das hier? Posteingang ist leer. Warte des Erschaffers. Ein Reih. Ich heiße ab und gleiche ich von. Dies ist die. Nein, die Schmiede der. Aber in ihren. Lust. Und du? Ich kann. Was ist das? Ja, das Weih war das Verdammt. Was betrifft das mich? Stell unsere Schmiede. Ich kann. Wir sind esch. Bevor um ihn zu weh. Ich werde wohl. Ist deine Not größer als uns? Wir kämpfen um das. Asche, was siehst du? Und ja, sein Rabe heißt, oder mehr seine Krähe heißt Asche. Und wir sollen ja auch mit Kahn reden. Das steht ja, ich muss ja noch mit den Rebenfließen nebenaufgabe, die ja aktiviert hat, ne? Hast du. Wie komme ich jetzt so schnell hier runter? Oh, ähm, ja. In diesem Spiel bin ich noch so ein bisschen komisch drauf, weil das Spiel mag echt. Als Ausweichen entspringt. Dann... ...lüft aus. Oh, ja. Okay. Ja, das ist bei jedem Tag so, dass es irgendwie immer wieder ladet. Und ja, ich lade ab jetzt wieder häufiger Videos so, weil ich jetzt wieder mehr Zeit für euch habe. Oh, Seiten des Buches für Willkrim sammeln. Falls ihr wissen wollt, warum ich jetzt gerade wieder drei Videos hochlade, dann hört weiter hinzu, wenn ich dieses Spiel hier weiterhin spiele. Gerade, äh, warte, aber... Oh, bisschen Geldsacken. Achoo. Hier komme ich hoch. Und diesmal? Können wir wenigstens auch mal endlich mal Heilung mitnehmen. Ah. Komme ich wahrscheinlich später nochmal zurück, wenn wir das Spiel durchhaben. Dann machen wir wahrscheinlich nochmal ein paar Mal. Die Aufgaben für... Das ist eigentlich total einfach. Oh Gott. Was ist das? Kann ich das auch noch auf einmal lesen? Was ist das? Warum ist denn hier im Weg? Falls ihr fragt, warum wir diese Steine... Was das mit den Steinen zu tun hat? Müsst also nur die, die es nicht spielen... ...noch nicht gespielt haben, ja... Hier müsst ihr die Steine mit... ...nachher... Ach, kann ich euch... ...erklären, aber lasst uns erstmal hier ein paar Gegner eliminieren für... ...Erfahrung! Okay... Ach ja... ...das gehört zum anderen Dungeon, der ja noch kommt nachher... ... Dann drückt immer den falschen Knopf, ich bin immer so am Spielen gewöhnt mit den Touchpad zu drücken, ne? Aber hier ist es anders... Okay... ... ... ... Eine Seite. Ich muss dran denken nachher, wir werden auch alle Truhen einsammeln in dem Spiel, aber für diese Truhe brauchen wir was besonderes. Ich habe doch immer noch einen Gegner, wie kann das rein? Da oben ist noch was. 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 Und ja, das wird im ganzen Spiel einfach ein Verhängnis bei mir bleiben. Kannst du jetzt einfach mal. Ein Amulett, endlich. Da ist auch noch eine. Oh komm, ich geh jetzt einfach mal weiter. Ich habe ganz vergessen, dass wir einmal reinboosten, dann ist er direkt tot. Da hat man ein Pferd umgebracht. Oh Gott. Da oben ist er. Fick dich. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist, da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Das war's. Ich muss alleine gehen. Ich muss alleine gehen. Ich nehm lieber die Erfahrung, ne? Oh, guck mal, was ich noch gefunden hab hier. Ich muss alleine gehen. Ich muss alleine gehen. Naja, immerhin haben wir immer was. Immerhin finden wir immerhin was, ne? Ich schmiede diese Steine. Aber wie ich ja schon gesagt hab, die kommen nachher erst, wenn wir das Spiel durchhaben. Und die DLC ist natürlich auch. Ich muss alleine gehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein 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 Pferd. Ich muss alleine gehen. Und es geht in ein Tempel. Das ist kein Pferd. Das ist kein Pferd. Das ist kein Pferd. Das ist kein Pferd. Dann mit einem Pferd. Einen. Also auch nicht bestehen. Ertr Led anger. Aber auch der Sitz. Lass oder den Rang eingeben. Oh. Zwar nicht getroffen, aber laut dem Spiel. Das muss ich nicht verstehen. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Aber er es nicht machen will. Na ja. So. So witzig viel geklettert. Ich bin nicht verletzt. 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 Eine Karte. Ich bin nicht verletzt. 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 Die Truhe ist die Treppe hoch. Ich bin nicht verletzt. Die Truhe ist die Treppe hoch. Naja, immerhin finden wir jetzt den Weg nach oben. Naja, immerhin finden wir jetzt den Weg nach oben. Naja, immerhin finden wir jetzt den Weg nach oben. Naja, immerhin finden wir jetzt den Weg nach oben. Naja, dann war es so mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.